Eine 84-jährige Frau, die mit ihrem ebenfalls pflegebedürftigen Ehemann zusammenlebt und eine 24-Stunden-Pflege benötigt, hatte bisher Pflegegeld der Stufe 2 bekommen. Viel zu wenig dachte sich die Familie des betagten Pärchens und wandte sich an die AK Ried um Hilfe. Diese klagte gegen den vorhandenen Bescheid und bekam Recht. Die Frau bekam letztlich sogar die Pflegestufe 5 zuerkannt.